Auf dem durch die Feuchtigkeit zerstörten Kalkputz fand Leonardo noch hier und da Spuren dieser Malerei, zusammengesetzte Muster, Streifen, Stäbchen, Kreuze, Sterne, Rote auf Weißem, Gelbe auf Blauem Felde. Mitten unter ihnen den Kopf eines römischen behemmten Kriegers, vermutlich ein misslungenes Porträt des Herzogs selbst, mit der in gebrochenem französisch lautenden Unterschrift »Je porte en prison pour ma devise que je marme de patience par force de peine que l'on me fait porter.« Meine Devise in meiner Gefangenschaft und meinem Leiden lautet »Meine Waffe ist Geduld.« Eine andere, noch weniger orthografische Inschrift lief längs der ganzen Decke in riesigen, ellenlangen, gelben Buchstaben einer Frakturschrift hin, »Selui qui«, darauf, weil es an Platz gebrach, in kleiner, zusammengedrängter Schrift »n'est pas content«, »derjenige, welcher unzufrieden ist.« Als Leonardo diese kläglichen Inschriften las, diese ungeschickten Zeichnungen betrachtete, die den Kritzeleien, mit denen die Schulknaben ihre Hefte besudelten, glichen, tauchte in seiner Erinnerung auf, wie sich Ludovico vor vielen Jahren an den Schwänen im Mailänder Festungsgraben ergötzt hatte. »Wie kann man wissen«, dachte Leonardo, »ob in der Seele dieses Mannes nicht eine solche Liebe zum Schönen gewesen, dass sie ihn vor dem jüngsten Gericht rechtfertigen könnte.« In dem Gedanken über das Schicksal des unglücklichen Herzogs fiel ihm auch die Botschaft eines aus Spanien kommenden Reisenden über den Untergang seines anderen Gönners, Césare Borgias, ein. Der Nachfolger Alexanders VI., Papst Julius II., lieferte verräterischerweise Césare seinen Feinden aus. Man brachte ihn nach Kastilien und hielt ihn in Medina del Campo gefangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017